Musik Es ist nie zu spät, sein Leben zu verändern. Das ist so die Kernaussage, glaube ich, dieses Buches in meinen Augen. Und die Hauptmotivation, dieses Buch zu schreiben für mich. Und bei mir war das ein eher schleichender Prozess, sagen wir mal, im Verhältnis zur Dringlichkeit. Das heißt, erst mal merkt man das ja selber, wenn man morgens aufwacht und kein Glas mehr geben kann oder keine Tasse, weil man so zittert, weil man einen kalten Schweiß auf der Stirn hat und unglaubliche Kreislaufprobleme bis hin zur Todesangst, dass man sich in einer Lebensphase befindet, die alles andere als gesund ist und einem kein weiteres, längeres Leben zumindest prophezeit. Das merkt man ja. Jeder Arzt hat mir das attestiert. Ich hätte mir an normalen Tagen in der Endphase meines alten Lebens nicht vorstellen können, dass sich das so wandeln kann. Und das ist, jetzt kommen wir wieder auf diese Kernbotschaft des Buches zurück, das ist die Kernbotschaft. Es ist definitiv niemals zu spät. Man kann das machen. Denn ich glaube, das ist oft das Argument von Menschen, die sich in diesen Situationen befinden, dass sie sagen, na gut, bei mir ist eh wurscht, bei mir lässt sich eh nichts mehr machen. Nein, es stimmt nicht. Man kann das Ruder rumreißen. Und das war für mich, obwohl ich eigentlich gar nicht so messiasmäßige Eigenschaften in mir trage sonst, war mir das ein Bedürfnis, das klar zu machen. Ich bin jetzt kein meditanter Nichtraucher geworden. Im Gegenteil, ich hätte fast wieder angefangen aus Loyalität der Raucher gegenüber, weil die heute grauenhaft behandelt werden, finde ich. Aber mein Glück, nicht zu rauchen, ist wirklich hoch heute. Ist groß. Diese, wenn ich mal heute in Kneipen verkehre, wo es dann gestattet ist, oder ein Borchert in Berlin, da fangen sie dann ab 11 Uhr an. Und dann komme ich nach Hause und dann stinke ich wie ein Aschenbecher. Da denke ich, Mensch, wie muss denn das früher gewesen sein? Was haben denn meine Frauen durchgemacht? Wenn ich dann, da kamen ja noch andere Gerüche dazu, von Alkohol und Knoblauch und was weiß ich. Und ich muss ja gestunken haben wie eine Windel, wenn ich nach Hause kam. Das ist ja unerträglich. Wenn man heute schon so ein paar Tische neben einem geraucht wird, mal zwei Zigaretten, dann kommt man nach Hause und stinkt schon so danach. Und dass das alles nicht mehr ist, das ist eine reine Freude. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Gefühl, dieses grauenhafte Gefühl, was man hat und was man eine grausige Vorstellung, dass das jetzt jeden Morgen so sein muss oder jedes Mal nach jedem Essen oder immer, wenn man eine rauchen will, wenn man telefoniert, halt die klassischen Momente. Das hört völlig auf. Und das kann ich jedem Raucher garantieren, dass er das nicht lange mitmacht und sich dann eines Tages und gar nicht so langfristig wahnsinnig freuen würde, nur noch nicht zu rauchen. Und so ist das, so und ähnlich ist das eigentlich mit allen Süchten, zumindest von denen ich berichten kann. Und das sind ja fast alle. Also gut, Heroin und Crack ist nicht dabei. Ich glaube, das kann man ziemlich gut auf einen Nenner bringen, je schöner das Leben ist, umso größer ist die Angst vor dem Tod, glaube ich. Und ich hatte eigentlich ein sehr schönes Leben, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man das alles liest, aber alles in allem muss ich schon sagen, dass ich ein Sonntagskind bin, womit ja auch meine erste Biografie anfängt und eigentlich ziemlich viel Glück hatte im Leben. Und das führt natürlich dazu, also schon mal angefangen, wo man unter welchen Umständen geboren wurde, in welchem Zeitalter, geografisch, in Mitteleuropa, das sind ja alles unglaubliche Lottogewinne hintereinander schon. Und dann, dass man gesund ist und dass man einen Beruf findet, der einem Spaß macht, in dem man noch Erfolg hat und so, das ist unglaublich viel Glück auf einmal eigentlich, wenn man sich vorstellt, das ganze Leben ist eine Trommel, da ist man drin und da wird man rausgezogen als irgendetwas. Dann kann das ja auch eine Klofliege sein in Arabien oder einer von den zwei Milliarden Chinesen, denen es dann nicht so gut geht oder ein Inder und dann zu welchen Zeiten, dann im Mittelalter, im Folterkeller und so. Und dann, wenn du dann rausgezogen wirst, sagen wir mal mein Los, und dann sagst du, oh, da haben wir schon mal ein bisschen Glück gehabt. Und wenn ich diese ganzen Dinge, die ja einerseits auch, muss man ja zugestehen, viel Spaß gemacht haben, mitunter zumindest, wenn ich die alle gut überlebt habe und dann noch so eine liebe Frau gefunden habe, mit der ich noch mal eine Familie gründen durfte und so, ist das schon mit wahnsinnig viel Glück verbunden. Insofern habe ich also ein sehr ausgefülltes Leben gehabt, ein sehr glückliches habe es noch mit wunderschönen Erwartungen und habe natürlich dementsprechend viel Angst vor dem Tod. Und so ist es hier auch. Ich erzähle halt nicht die unglücklichen, vielleicht dramatischen, vielleicht sogar wichtigeren oder interessanteren, dramatischen in jedem Fall Geschichten, sondern ich erzähle eine simple Geschichte eines glücklichen Lebens vielleicht. Aber ich finde, es ist es wert. Ich beklage mein Glück überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich sage ja, dass ich ein sehr glückliches Leben habe. Ich habe ja zum Beispiel auch, ich hatte Glück für etwas sehr Wichtiges und weit Unterschätztes, auch in Bezug auf Karrieren, habe ich ja auch geschrieben. Und habe ja von dem Mann geschrieben, der gesagt hat, wenn ich die Wahl hätte zwischen Glück und Talent, ich würde mich für das Glück entscheiden. Denn es ist etwas, ich habe das ja geschrieben, ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die große Fähigkeiten in sich tragen und die unverschuldet, aber nicht sehr weit kommen im Leben, weil es eine Anhäufung von unglücklichen Zufällen nicht zugelassen hat. Da bin ich sicher, genauso wie andere unglaubliches Glück haben. Und dann ist es ja so, dass diese Menschen, die dieses Glück nicht hatten, nicht nur, dass sie diese Vorteile davon nicht haben, dass sie also ein erfolgreiches berufliches Leben führen, sondern sie werden auch noch bemitleidet von anderen und sagen, naja, es ist halt ein Loser. Sie müssen sich dann noch diesen Käse reinziehen, dass sie irgendwas nicht richtig gemacht haben. Und insofern ist Glück nicht zu unterschätzen. Man stellt das immer so dar, ja, Glück, was ist das Glück? Gibt es das überhaupt? Du gehst aus der Tür raus, na klar, wenn du ein Auto dich überfährst, dann war es Unglück, da war es Pech, klar. Aber Glück, jeder ist seines Glückes Schmied, ist ja so ein beliebtes Sprichwort von uns. Ich halte das für ein bisschen gefährlich. Ich glaube, dass es tatsächlich glückliche und unglückliche Fügungen gibt, für die die Menschen nichts können. Man muss da auch sagen, mal unterscheiden, wenn ich jetzt, Viktoria ist da eine Ausnahme, meine Frau, weil sie ist sehr vieles in einem. Also sie ist die Mutter meiner Kinder, sie ist meine Ehefrau, sie ist meine Geliebte, sie ist mein Ratgeber. Und eigentlich mein bester Freund. Insofern muss ich sie da auch ein bisschen außer Konkurrenz laufen lassen. Grundsätzlich finde ich, hat der liebe Gott, sage ich, obwohl ich Agnostiker bin, wobei wir das ja nicht ausschließen, die Existenz Gottes, hat der liebe Gott das aber ganz gut gestaltet, finde ich, dass es eben Männer und Frauen gibt. Nicht nur, damit die sich da befruchten, das hätte man vielleicht auch anders machen können, dass man dann noch Nachwuchs kriegt, aber dass die eben so unterschiedlich sind. So hat er eben mir zum Beispiel als Mann die Möglichkeit gegeben, eine Sorte Mensch zu finden, mit der man gut über Fußball reden kann und zocken kann und was weiß ich, Blödsinn machen kann und über Frauen reden. Und er hat uns die Sorte Mensch an die Seite gestellt, mit der man vielleicht seine weicheren Seiten ausleben kann und die es zulassen, dass man sie beschützt und dass man sie umsorgt. Und eben genau die anderen Dinge, die wichtig für einen sind, die ein Leben ausfüllen, mit sich machen lassen. Ja, es ist zunächst etwas, an was man sich gewöhnt, natürlich, was zum Alltag wird. Ich war eben in der Bäckerei und da musste ich ja ein Autogramm geben der Bäckerin da. Das ist halt der Alltag dann und man gewöhnt sich dran. Es ist im Falle von uns Schauspielern natürlich besonders auffällig, weil wir halt dann erkannt werden. Wenn man erfolgreich im Beruf ist und man ist Manager und man ist jetzt Vorstand von VW, dann ist man sehr erfolgreich, verdient sehr viel Geld, wird aber vermutlich gar nicht erkannt auf der Straße. Und bei uns ist es halt so, dass der Ruhm sich verbindet mit einem Bekanntheitsgrad. Und ja gut, wenn Sie jetzt sagen würden, was wäre denn, wenn Sie morgen auf die Straße gehen und würden feststellen, ich kenne Sie überhaupt kein Mensch mehr. Da wäre ich schon verwundert. Also wenn Sie das hören wollten vielleicht als Schlusswort. Das würde ich nicht wollen, weil da wäre ja irgendwas verkehrt. Das würde ich nicht wollen. Das würde ich nicht mal.